recht herzlich willkommen zur 169 folge von towns ja wir waren am treppenhaus oben haben da baumaßnahmen betrieben die noch fertig werden müssen und wir haben letztes mal die türen geschlossen um zu sagen komm lass uns hier was machen so unlock das door werden wir mal hier ein patrol point bauen da sind zwei leute am marschieren das ist nicht viel das ist die dritte person jetzt gerade ein ding ins reingekommen hier in angriff wahrscheinlich genauso ist es da kommen vier spinnen vorbei die können wir auch ohne kommentar laufen lassen so dann da hoch gucken jetzt sind wir mit 1234 leuten da wenn der vierte jetzt rüber gehen wäre ideal super at patrol point so unlock door jetzt haut der ab alles klar und die laufen jetzt auch noch nicht mal nach da ne den remove close wooden door müssen wir gleich machen ich hoffe das ist einer von den jungs die patrouille machen sieht so aus so dann gibt es den nächsten punkt hier remove patrol point der ist auch schon weg dann machen wir hier und den können wir dann wegnehmen dann können wir schon mal die tür aufmachen und den nächsten patrol point hier machen der schläft da ok schon erledigt unten klucken noch drei rum dann machen wir mal den ersten dahin den remove muss da natürlich schlafen ist klar dann machen wir den mal gerade schnell weg sonst laufen die nahe noch wieder zurück das wäre nicht gut und da unten ist noch einer über so zwei gehen dahin und zwei da zwei da dann müsste es aber klappen das war sogar nur einer das muss ein bär gewesen sein der hat sie alle nieder gestreckt da sitzt einer aber der ist hinter der tür ok dann würde ich sagen ziehen wir die jungs wieder zurück den patrol point können wir dann auch deleten genauso wie den jetzt und dann machen wir hier einen hin at patrol point öffnen die tür und close and lock this door obwohl wir könnten schauen dass man das offen gucken dass da von oben welche kommen die sachen vielleicht holen aber das machen sie auch wahrscheinlich wieder nicht hier könnte man natürlich auch darauf warten dass die immer ein bisschen was abbauen das wäre auch vorteilhaft ist nur die frage ob sie das machen schwierig ne hier kräht der hahn jetzt gucken wir gerade nach der treppe oben was da passiert ist da ist das gar voll aber hatten wir letzt mal nicht ja da ist auch einer ok dann ist es schon passend ich glaube da muss noch einer mehr drauf oder wie war das ich glaube da müssen wir noch einen drauf setzen und dann bin ich mir nicht sicher also das ist der boden das ist die erste etage gehen da ein hoch und da ein hoch das würde bedeuten dieser ne warte die gehen da ein hoch kommen da ein hoch gehen da ein hoch kommen hier hoch und können da drauf das heißt da unten ist eigentlich alles richtig gewesen oder das bedeutet delete den und mach die weg so der marker ist weg so jetzt jetzt pass auf jetzt ist es gleich wieder so dass ne das muss wohl schon richtig sein ne oder ja müsste passen so mach mal weg da jetzt mach mal weg da jetzt ach schade ich dachte er hätte es getan lass dann den keller gerade gucken vorübergehend was hier läuft da kommt jemand und holt irgendwas der geht durch die tür ist der verrückt ich hab die nie abgeschlossen ne die müssen wir wieder aufmachen gerade ne das wird ja nicht überleben da brauchen wir gar nicht drüber reden die dritte tür vergessen ne ja dann hat sich das erledigt gestorben ich hoffe das war nur der einzigste der jetzt reingerannt ist ne boah das war ja jetzt nicht so doll ne die dritte tür nicht abgeschlossen naja dann können wir die mal closen die auch da ist ja nichts passiert ausgesperrt dann lassen wir da wieder welche rein ne und diesmal machen wir sie so auf dann erkennt man das auch dass offen ist oder gut läuft meint man ne so das ist immer noch nicht weg und das ist auch noch nicht weg super und da läuft wirklich richtig gut so jetzt ist die frage kommt da hoch geht die treppe hoch kommt hier an ist das denn so richtig muss wohl ist die stiege 2 hoch kommt hin ich bräuchte jetzt glaube hier muss noch einer hin ne und da müssen wir so einen hinsetzen und so auch und der da der muss dann weg ich weiß aber nicht ob sie den da hinsetzen dann wird das wieder passen ja müssen wir anschauen dann die human remains müssten nochmal weg ne hatten wir eigentlich schon irgendwo wieder so einen kleinen parkplatz an parkplatz friedhof angemacht angelegt weiß gar nicht irgendwo hat man das gemacht aber wo weiß ich auch nicht wo das war war das hier oben ja da dann lass uns noch ein paar da ne das war gar nicht hier ne das war bei deko da den machen wir auf jeden fall da rein schiff das nicht wirklich gut geklappt und wir gehen hier unten hin machen da auch neun stück hin passt gut dann ist da auch was ach so das können wir ja erstmal zumachen so gucken wir mal gerade die mauer hier ist ja schon mal top ne ja der gartenzaun geht dann da hoch aber nicht weiter hier dürfen sie noch bauen und ich hätte eben irgendwo welche gesehen die auch das machten da kommt nämlich ein stein gut hier ist auch schon was gemacht müssten wir jetzt nochmal hier hin mauerwerk aussuchen und ich glaube da muss noch einer hin ne und da können wir bis davor ziehen dann dann ist das schon einigermaßen ne da können die ja von da drauf gehen machen wir also so und da müssten die auch von da drauf gehen können kann da auch noch einer mehr hin die können dann mal aber ernten und wenn abgeerntet dann umfällen machen wir mit denen da auch da wird da was sehen ne so äpfel werden genommen das heißt hier können wir auch shop apple tree machen genau so wie da bei dem geht das dann auch und bei dem auch und zu guter letzt kommt der auch noch weg gut dann basteln wir da ne mauer hin gleich irgendwo müssen wir gucken wie es aussieht ja das ist jetzt die schwierigkeit ne wie man sieht ne ich sehe dann auch nicht in der nächsten ebene das weil hier noch bäume sind da müssen wir gleich schauen so runter ist es und abgefällt werden abgefällt super ausdruck ne gefällt werden können sie auch oder dürfen sie auch so was macht unser treppenhaus ja die möchten keine abbauen die scarfalls super oder hier ist einer schon hingekommen ok der zweite fehlt da noch destroy wooden ladder weil ich glaube sonst kommen die da nicht hin vielleicht das könnte sein ok hier geht es dann soweit weiter wie weit sind sie da schon reingelaufen einer hat es geschafft hier zwei dreie sind es ok im unteren bereich ist es einer ja da hat nur einer reingeschafft ne gut ich glaube insgesamt sind es aber jetzt weniger geworden oder müssen wir schauen weiß ich auch nicht also hier machen wir mal zu höchstens der vierte geht da gerade jetzt noch rein der geht aber in einer anderen richtung oder ja der will hier nicht rein muss man gleich noch mal gucken unten steht noch einer vor der tür vor der holztür dann sind da auch drei hier drin ne also da machen wir schon mal zu und der ist in die falsche richtung gegangen obwohl hier auch drei hier drin sind machen wir da auch zu und das passiert da noch was oder passiert da nix jetzt könnte man natürlich sagen komm mach da auf dann geht er da durch ne hier können wir zumachen komm einer muss noch rein er ist ja schon davor ne läuft nicht ja zack closed door open door und lock versammlungspunkt sind drei machen wir so den können wir und der erste wird angegriffen das dahin der kann weg wir kommen zu hilfe läuft und der wird auch schon angegriffen wir haben gerade neue leute gekriegt vier ok kommen frühstücken wir die sofort ab bevor wir es vergessen hier sollen die sich erstmal ausrüsten und dann kann es weiter laufen ich glaube der kämpft gerade alleine auf weiter basis aber er hat es auch geschafft der ist weg der petrol point nächste tür geöffnet ist alles gut ja da sind drei drin da ist gar kein petrol point wo der steht da greift einer an diese person schläft da im stehen und der kann dann weg und hier kann einer hin schlafen die dazu dort ja so einer kommt der ist weit vor gegangen dann könnte das so klappen dass er den einzeln bekämpft ohne dass der zweite hilft und den kriegt er jetzt auch noch hin remove petrol point close this door dann können wir hier schon mal öffnen schnell weil da steht auch einer vor dann geht er da vielleicht schon rein so kriegen wir da jetzt noch den einen raus und da kann ja momentan nicht wirklich was passieren das bedeutet wir können da auch einen unlock machen oder ja dann machen wir close door und dann machen wir ein unlock door dann können da wieder welche reinlaufen machen sie auch schon wunderbar gut dann gehen wir mal umgucken treppenhaus funktioniert irgendwie nicht da haben wir den stein weggenommen aber es kümmert sich keiner drum gut was machen unsere vier kameraden hier nicht so aus als ob die sich ausrüsten doch dieser hier und was haben wir hier essen 19 bergmann einer das ist unser problem dann dann müssen wir da einen bergmann raus machen dann müssen wir da einen bergmann raus machen job group ja komm schon mal ein bisschen rüstung hier der zweite hat auch schon einen helm geschafft naja gut okay da werden wir mal in der nächsten folge weitermachen ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss